Willkommen zum Bodyweight Training. Das Training mit dem eigenen Körper und nicht mit Maschinen. Mit diesem Training ist man zeit- und ortsunabhängig. Wir werden Übungen zuerst einmal lernen, werden sie dann üben und dann auch im Workout-Teil trainieren. Das sind Fortbewegungsmuster, die wir mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden vorstellen werden. Die Übungen, die wir heute vorstellen werden, die sind für jeden Menschen geeignet, der über zwei Arme, zwei Beine und ein Steuerungssystem verfügt. Egal ob ein Tennisspieler, der Rückengeschwerden hat oder ein Jugendlicher, der gerne ein professioneller Schwimmer werden möchte, auch Fußballer, auch Leute, die im Büro arbeiten. Von daher muss sich jeder seine Übungen auf diesem Medium aussuchen. Eins, zwei, drei, drei, zwei, vier. Jeder kämpft für den anderen. Erfolgserlebnisse. Alle sind die Waagspann. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind dein Team. 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 Zusammenarbeit reicht nur mehr. Wir sind dein Team. Nutze es.